Ich habe wieder ein Indie-Game. Und zwar heißt dieses Indie-Game Getting Over Goombas. Das hat mir Rez geschickt, liebe Grüße, der wahrscheinlich auch dieses Video gerade schneidet. Wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle irgend so ein Gag macht. Irgend so ein... Oh ja! Oder so ein... Oder irgend so was. Ah ja, genau. Es ist wie Getting Over It, aber halt als Mario. Und ich habe Getting Over It auch schon mal gezockt und bin krass verzweifelt, wie jeder Mensch. Aber wir machen mal so... Macht das Sounds? Können wir mal gucken, wie weit ich komme. Geil, das hat so geile 8-Bit-Sounds. Aber man muss mal die Münzen einsammeln. Wahrscheinlich schon. Okay, aber die Physik ist ganz nice. Hier müsste jetzt ein Pilz sein, oder? Achso, man kann ja auch drauf... äh, äh, dotzen. Wie das aussieht. Ist irgendwie cool. Kann man in den Tunnel gehen, was meint ihr? Welcher war nochmal hier in den Tunnel? Ich weiß nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr gezeigt. Okay, warte mal. Aber ist voll einfach. Ist überhaupt nicht so schwer wie Getting Over It. Oh, warte, vorsichtig jetzt aber. Große Fresse haben und dann... Ah! Oh! Oieee! Hey, Leute, ich mache jetzt Speedrun. Wir fangen nochmal an. Ich mache Speedrun. Okay, warte, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und zack! Ja! Ihr habt gedacht, ich schaff's nicht, ne? Ich weiß genau, was ihr denkt. Ich weiß genau, ihr habt jetzt gedacht, ihr habt ja eine große Klappe gehabt. Wie macht man nochmal das so? Genau. Das Level schaffe ich aber. Das Level schaffe ich. Gib mir doch ein Gefallen und abonniert diesen Kanal. Das wäre super. Ich möchte gerne 50.000 Abonnenten haben. Ich weiß, es ist ein Ziel, was in weiter Ferne noch ist. Aber ich will, dass wir alle gemeinsam in ein paar Jahren darüber lachen und uns diesen Clip nochmal angucken. Und sagen, guck mal, da habe ich damals gedacht, das wäre eine Utopie, 50.000 Abonnenten zu haben. Und ich sitze jetzt auf meiner Million und so. Das will ich haben. Aber immerhin erstmal Step by Step. Wenn ihr ein Abo da lasst und ihr noch nicht abonniert seid, das hilft mir tatsächlich. Man denkt immer, hä? Mein Abo, das bringt ihm doch nichts. Doch! Also, lasst ein Abo da. Here you go. Boom! Aber das Problem ist, es geht wieder so, dass die Maus außerhalb des Bildes geht. Regt mich schon wieder auf. Ihr kennt das Problem. Das habe ich immer wieder. Die Maus geht immer raus. Ah, jetzt regst du mich schon ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ignoriere das jetzt einfach. Ich kann das auch so. Ich bin Profi. Guck mal, wie gut ist es. Ich sollte eigentlich direkt danach nochmal mit Getting Overed spielen. Bin voll gut. Du, 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 du. Jawoll! Fick dich, Koopa Tuopa! Nein! Haha, gerettet! Ah! Hahaha! Yes! Sau gut! Ich bin gut! Und rüber damit! Das schaffen wir. You're all easy. Oh, warte mal, kommen die runter? Nee. Oh, gut! Warte, warte, warte! Ich war wieder aus dem Schick! Ich war wieder aus dem Bild! Ich war wieder aus dem Bild! Hä? Das wollte ich nicht! Oh, geil! Wow! Ich bin so fucking Natur-Talent! Äh, okay. Ich habe wieder Spaß, oder was? Ich meine, könnt ihr auch mal an mich denken, oder so, dass ich auch mal Spaß habe hier, oder? Ich bin gut, ne? Ihr habt es nicht gedacht. Das ist wie mit dem Dart. Nein! Nein! Oh, weh, 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 heh, 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 heh! Ich mach voll Bock! Oh, oh! Und einmal nicht nachdenken, weiter geht's! Nein! Irgendwie kann man den auch so ein bisschen fliegen, also man, man kann das so tatsächlich mit dem Hammer. Nein! Oh, das war Axta? Ich mach schon Tricks. Ist nicht so ganz wie bei Getting Over It. Ah! Aber warum kommt jetzt nicht wie bei Getting Over It auch so dieses so, dieses philosophische wie bei Getting Over It, weißt du, aber jetzt mit Mario-Stimme halt so. Ich will das so. Mann, ich will die... Ich will, dass er so bounced. Mann! Ah, scheiße. In der Situation will man nicht sein. Was? Oh, ja! Man darf nicht viel nachdenken. Abfahrt, Abfahrt! Ich habe nichts bewegt. Ich bewege nichts! Ich habe nichts bewegt, Mann! So, einmal hier, komm, ich mach Trickshots für euch. Nein! Oh! Hey, Badapooka! Nein! Gehen da einfach kurz deine Monitor anordnen, dass das zweite nicht daneben, sondern schräg oben ist. Aber warte mal, geht das? Okay, anwenden. Achtung, ich mach jetzt anwenden. Ja! Ist richtig! Ich gebe jetzt hier eine Begrenzung. Rechts! Das wird jetzt geil. Giga-Chat. Guck mal, wie ich jetzt auf einmal abgehe. Guck mal, ich gehe jetzt voll ab. Ach, scheiße, das ist jetzt... Geil, Mann. Ihr seid die Besten. Okay, guck mal, wie geil das jetzt läuft. Guck mal, perfekt. Das läuft jetzt wirklich besser. Jetzt ist kein Scheiß. Das Timing war perfekt. Aber jetzt funktioniert's. Also wir tun einfach so, als wäre es das erste Mal. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Getting Over Goombas. Mit mir, Donnie und meinem Kumpel Mario in seinem Topf. Wir gehen rein und wollen natürlich wieder speedrunnen, das Ganze. Also ganz einfach hier, ne? Wir machen die Rache. Wir gehen da rum. Wir haben hier ein Erster... Ja, ich sag mal eine Röhre. Ähm, jetzt muss ich mal kurz einmal überlegen, wie ich das jetzt am Schlafen mache. Ich hole ein bisschen Abstand. Wappadigoo! Wappadiboo! Ich bin der Mario-Boy! Ich habe mich da reinfallen sehen. Und ich glaube, ihr auch. Aber... Ah, lande ich auf dem Ding? Hammer! Ja, mit dem Hammer zuerst. Einfach geil. Jetzt rüber! Nein! Kippt... Ah! Ja, das wollte ich... Nein, das wollte ich nicht! Ah! Jetzt, aber fick dich rüber! Ja, geil! Sorry für mein Language. Aber ich bin jetzt auch ehrgeizig. Komm jetzt, lieber Tag! Einfach drüber! Ja, unten festhalten! Na geil! Und oben an die Ecke! Komm jetzt, geil! Oben, oben, Ecke! Ja, und einfach weiter! Nicht nachdenken! Nein, 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 nein! Wo bin ich? Komm mal! Ich habe dir die Ecke getroffen! Ich habe dir die Ecke getroffen, du Arsch! Das ist ganz krass. Die Physik ist krass. Das ist anders als bei Getting Over It. Man kann hier wirklich, wenn man so fliegt, das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein Gefühlsding. Man kann so ein bisschen die Flugbahn beeinflussen, so mäßig, mit dem Hammer, weil der ja Gewicht hat. Wenn man den so nach vorne macht, kann man so ein bisschen noch mal gainen. Trüber lag, du geile Sau! Nein! Ja, saved! Ja! Ja, hier die Gains, hier auch richtig, ja. Mario, ein guter, hier hat auch immer trainiert, hier im Team, ja. Könnte auch ein Gladiator sein, hier. Mario, bist ein guter. Luigi, auch gut, jawohl. Mario, Mario, alles gleich hier. Recklinghausen, ja, trainieren. Und jetzt rüber! Wenn der Hammer hinter einem ist, dann verliert man irgendwie in der Luft so ein bisschen auf den Hammer. Und, ja, Hammer! Ja, ja, Leute! Oh nein, ich war voll weit! Guck mal, ey, ich hab's jetzt raus, Leute! Guck mal, guckt euch mir! Guck, guck, setz dich das! Man kriegt, man macht Meter in der Luft, oh Mann! Ey, ich bin grad voll drin! Schnell hoch! Schnell! Hammer nach vorne, Hammer nach vorne! Nein! Weg! Nein! Jetzt weg! Hammer nach vorne! Ah, weg! Hier hoch! Ruhig! Nein! Oh! Hörig! Erstmal kurz! Sch, chillen! Chillen! Ja, nice! Komm, da unendlich! Ah, ah! Ah, ah! Nicht nachdenken! Hammer nach vorne! Ah, Hammer nach vorne! Vorsicht! Nein! Nein! Boah! Boah! Ah, nein! Nein! Ja! Ja! Yes! Oh! Gibt es vielleicht einen Pilz? Ah! 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 Oh ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sch, 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 sch! Erst den Dings machen hier! Okay, jetzt aber auch wirklich nicht mehr... Das ist nicht mehr das Level, oder? Sozusagen das Mario-Level. So ist das Level nicht, oder? Das ist jetzt schon wirklich so ein eigenes Level für dieses Game, oder? Ah ja! Einfach Glück gehabt gerade! Nein! Ja! Ah! 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 Ja! Ah! Komm da nicht rum! Ja! Ja! Oh! Ja! Nein! Oh, ja! Ich bin evil fight! Oh, ich weiß nicht, warum ich so rumstöhne. Ist mir jetzt egal, Mann. Das ist halt meine natürliche Reaction hier gerade. Muss ruhig bleiben. Ein kleiner Fehler und ich hau es hier ganz nach hinten. Die Physik ist weird. Die Physik ist weird. Ich komme da nicht. Ich will das ja auch nicht, wenn ihr euch das denkt. Aber wo ist der Punkt, wo man eben nichts trifft mit dem Hammer? Das ist so schwierig. Guck mal, jetzt hoch oder runter. Hoch oder runter, damit ich... Und jetzt auf einmal muss man nach oben. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, huhuhu. Nein. Du Uhrensohn, Mario. Ich weiß jetzt schon, wie wir das nennen. Dieses Spiel ist... der Hammer. Komm, in die Stream, wir haben eine gute Laune. Dann gibt es ein Abo. Danke, ciao. Ja, ja. Jetzt... Oh, du Aschloch. Es ist so fucking weird und schwer, aber irgendwie faszinierend geil. Mal will der nach oben, mal will der nach unten, der Wichser. Dreh doch auch mal deinen scheiß Kopf. Ich komme hier nie raus. Es... Ah! Ey, ihr wisst nicht, wie schwer das ist. Man kriegt das nicht... Den Sweet Spot. Es gibt keinen Sweet Spot. Alles ist fucking salzig. Ja, jetzt... Jetzt schieb dich doch hoch, du Depp. Ich... Jetzt... Der Hammer andersrum... Es ist so random. manchmal ist es eng am Körper und dann macht er wieder spiegelverkehrt die Scheiße. Versteht ihr, wie ich meine? Das kann man nicht erklären. Das ist wie bei Getting Over It. Ich komme hier nicht raus. Ich muss raus. Jetzt, ich will den irgendwie, guck mal, wie langsam ich mache. Ich mache so eng am Körper, Leute. Hier ist der Sweet Spot. Aber hier darf ich nicht mehr nach rechts schieben, die Maus, da muss ich woanders hinschieben. Das muss man erst mal rausfinden, dass er das, was erkläre ich das eigentlich? Ich wünsche, ihr könnt das alle gar nicht. Und jetzt, wo schiebe ich hin, ist die Frage. Nein! Jetzt schieb doch irgendwie... Nein! Ey. Guck mal, das wackelt jetzt rum, obwohl ich nichts mache. Welche Richtung schiebe ich jetzt die Maus? Ich verstehe es nicht, damit ich nach unten links gehe. Nein! Ich will nur hier weg. Ich will nur hier weg, bitte. Ich schwöre euch, man weiß nicht, was man hier drücken soll. Wie bouncet man sich nach oben? Ja! Fickt euch alle! Ich hab... Ey, Leute, ihr habt's auch gedacht, dass ich direkt auf den Goomba falle, oder? Warte, jetzt Vorsicht, das fand ich gut. Aber das war echt nicht gut, Leute. Jetzt weiß ich echt nicht so... Einfach nicht nachdecken! Oben! Oben! Oh, oh! Nein! Bam! Weg hier! Nein! Ja! Fick mich nach vorne! Oh Mann, das war voll gut! Ja! Oh mein Gott, war das gut! Oh mein Gott, war das gut! Oh mein Gott, war das lucky, aber auch ein bisschen... Das war übelst die fiese Passage eigentlich, aber ich hab einfach nicht nachgedacht und hab einfach die Mut gehabt, die Mut des Tüchtigen! Der Gamba ist mega fies gesetzt da! Gamba... Gamba ist mit Scampi, Alter! Wie krieg ich denn... Ah, warte, ganz ruhig! Nein! Nein! Oh! Ich hab mir das Mikrofon gegen meinen Mund gehauen und ich blute ein bisschen! Ich hab mich... Ich... Ganz bisschen nur! Es schmeckt eisenmäßig! Mann, ich blute wirklich... Ich blute an der Lippe, Mann! Ganz bisschen aber nur! Ich bin verletzt tatsächlich! Ich hab ne Verletzung! Ne ernsthafte... Ich bin tatsächlich... Real Talk an der Lippe verletzt! Easy peasy für mich jetzt! Guck mal, ich bin richtiger... Getting over Gumbas Player jetzt! Let's Player! Ja! Jetzt rüber hier! Und dann rüber gebumst! Und dann hochgefickt! Ihr kennt das! Beim Privatleben! Guck mal hier! Ah, weg von den Kompass! Hier ist gefährlich! Ah! Gamba-Spar-Abo! Der ist nicht schlecht! Ich mach hier die Gags, okay? Ey, wisst ihr was? Wenn ich das nochmal spiele, Leute, mach ich euch ne Mauscam rein! Ich mach euch ne Mauscam rein! Jetzt müsst ihr euch geben, wie bescheuert das hier aussieht, was ich hier mache! Es sieht so absolut bescheuert aus, wie ich meine Maus hier im Kreis drehe! Auftragen-Polieren-Style! Nein! Im Endeffekt wird das das Video wahrscheinlich, das YouTube-Video werden, mit dem ich dann berühmt werde! Das wird es dann sein! Und erwarten alle Leute immer, dass ich das nur mache! Und dann werd ich verrückt! Safe! Der Safe war unglaublich! Ja, das sind die anderen, das sind Cooper Troopers! Ah, guck mal! Oh, joi, joi! Speedrunner! Woohoo! Weiter geht's! Ah, nee! Ah, hammer zurück! Ah, nein! Ja! Aber ich bin auch gut! Ah, nein! Warum mach ich das? Was? Was? Wieso verschwenden? Ey! Ich werd irgendwann, Leute, ich sag's so, ich werd irgendwann, so am Sterbebett, natürlich mit sehr alt, und ich werd genauso aussehen wie jetzt, werd ich liegen, werd über mein Leben nachdenken, und so an die, wie so ein Forrest-Gump-Film und so, und dann werd ich mir denken, warum hab ich mir mit so einer Scheiße mein Leben verschwendet? Andere Leute sind ja heute bei Sonne im Mauerpark, Steffi und Peter sind am Knutschen, Aperol Spritz, geiles Leben, wir holen uns doch was, ein Kuchen, dann gehen wir auf einen Rave, und dann ficken wir und so, und ich bin jetzt auch so ein Spiel, dieses beschissene Mario-Spiel, scheiß auf Steffi und Torben, sollen sich ficken gehen. Ja! Ich hab ne Technik! Nein, ich hab die, ich hab die, guck mal, die Technik ist gut. Uah! Hui! Mäh, 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 mäh. Das ist nicht gut. Doch, gut! Ja, rüber wie ein Weltmeister. Ja, rüber, 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 rüber! Was muss ich denn machen? Muss ich das desinfizieren? Er ist doch im Mund, oder? Keine Ahnung. Krieg ich jetzt Herpes oder so? Nee, funktioniert das so? I don't know. Äh, aah, ja, das ist geil, das ist ein geiler Rhythmus. Ja, ich pumse euch mit dem Hammer. Ja, geil, nun drüber. Oh mein, ich bin gut. Wow, rüber, 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 rüber! Ja! Jetzt halt mal ruhig, Chat! Ja! Oh nein, aber gleich kommt diese Scheißstelle wieder. Oh, das hab ich gefühlvoll gemacht. Nice. Okay, Leute, gleich kommt aber die Scheißstelle wieder. Nein! Uff, jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll hier. Geh lieber zurück. Ah! Uah! Uah, ja, nicht nachdenken! Nein! Nein! Ich kann nicht mehr raus, da! Ich kann nicht mehr raus, da! Geil. Oh, das ist geil, ich hab so viel Speed. Ah, guck mal, rückwärts gemacht. Wir sind geiler, Alter. Oh! Ja, noch den! Ah! Oh, das ist geil, Alter. Today, wir werden mal Mario. Wir werden dich auf die Tour auf fucking hell of a level. Millie stays at home because she is a sane person. I I donnie and I am driving myself crazy because I'm a fucking little Mario guy in a fucking pot and I'm gonna fucking die in this game more. Ah, jetzt kommt Speed. Bumst dich rüber, Mario, du geiler Mario. Fick auf Luigi, wir sind die Besten. Nein! Also, ich sag's, wie es ist. Es ist langsam, äh, der Punkt, wo es switcht. Wo ich hier auch schlechte Laune kriege so langsam. Ja, jetzt fick dich doch mal vorne, ja. Ich krieg da keinen Halt gerade. Warum? Hallo? Jetzt, dann schieb dich doch mal hoch, du Depp. Ja, so. Ich mach das jetzt. Ah, Mann, ich wollte irgendwie effektascherisch mein Hemd ausziehen, aber es ist nicht so warm hier drin. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich das so ausreiß. Ah, ich pick das nicht mehr. Ah. Jetzt aber. Ja. Oh, ey. Hab ich eigentlich nicht verdient, das war so schlecht. Nein. Ja. Jetzt kommt, nicht nachdenken. Hoch. Rupert, ja. Nein. Ah. Macht schon Bock, wenn man mal so den richtigen Sweetspot getroffen hat und dann so geil hüpft. Ja, guck mal, Heimsk, haben wir da vorne, haben wir da vorne. Nein. Es sieht so scheiße aus, wenn er genau da rein landet, mit seinem dicken kleinen Mario-Arsch. Ja, geil, sehr gut. Ja, und oben bleiben, oben bleiben, wichtig jetzt. Hammer nach vorne. Oh, jetzt drüber, drüber, drüber. Jawohl, du geiler Donnie. Ja, komm. Komm jetzt. Wir machen jetzt einen Meter. Wir haben es. Gefährlich. Oh. Nein, ja. Nein, ich komme nicht mehr. Langs, 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 langs. Oh, gefühlvoll, nice. Du gefühlvoller Geiler. Ah. Komm, reicht es? Ja. 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 Komm jetzt, Leute. Wie macht man jetzt diesen Bounce? Oh, oh. Nein. Nein. Jetzt, rüber. Fick dich rüber. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja. Nein. Nein. Ich werde langsam verrückt, weil ich dieses Spiel so schwierig finde. Aber ich möchte gerne weiterkommen. Ja, ich möchte. Ich bin Mario. Ich hole den Speed in der Luft. Ich bin Mario. Ich habe einen Hammer, ja. Ich bin Mario. Ja, ich hole den Speed in der Luft. Ich bin Mario. Double Kill. Aua. Oh, Vorsicht. Ah, nein. Ui. Da kann man fahren. Ah, nein. Aber jetzt gut. Der macht die Dinger kaputt. Ich muss. Ich muss. Ah, nein. Oh, nein. Kommt wieder zurück. Ja, komm. Ja, geil. Ach, wieso macht der nicht drei Kills jetzt? Oh, geil. Sehr gut. Ja, sicher. Geil. Ja, sicherlich. Ja, sag ich doch einfach mal geil. Nicht nachdenken. Einfach ballern in der Luft. Ja, geil. Ja. Freunde. Ab geht's. Das sieht so dumm aus. Ah, gut. Ja, gut, 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 gut. Nein, sehr schlecht. Ja, kann man nichts machen. Ich habe keine fucking Flügel. Okay, letzter Versuch. Oh, ja. Oh, ja. Ah, fuck, geil. Nein, Hammer, Mann. Ja, jetzt habe ich den Speed. Oh, ja, ja, ja. Nicht Geschwindigkeit. Was? Ja, weiter. Drüber, drüber, drüber. Ciao. Mein Hammer ist geiler als deiner. Letzter Versuch. Ah, jetzt hol doch mal den Speed raus. Ja, dann bombst du dich nach oben. Oben, 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 oben. Ja, sicherlich. Können wir machen. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Geilig. Ja, nehmen wir mit den Goomba. In den Gehmer, nehmen wir mit den Goomba. Müssen wir den kann entlassen, wenn es nicht weitergeht. Müssen wir den kann entlassen. Ah, was ist das? Das war doch ein Doppelkill. Hör doch mal auf. Letzter Versuch. Ja, geil, komm. Ja, und jetzt fick dich rüber. Geil. Ins Loch. Nein. Und nochmal rüber. Und ja. Und einfach. Eins, zwei, drei. Rüber, Hammer nach vorne. Ja, geil. Hier Speed holen. Raus, rüber, oben. Oben, ruf. Komm mal oben. Nein. Ja. Was jetzt? Ja, das ist gut. Sweet Spot. Und der ist hoch. Jawoll. Sweet Spot is sweet. Oh, oh. Ich muss schon wieder weg. Greicht das? Greicht das? Ich muss schon wieder weg. Ja, geil. Ah, jetzt rüber. Geil. Gut. Sehr gut. Oben bleiben, oben bleiben. Jetzt durch das Loch. Geil, perfekt. Einfach nur richtig geil. Gefühl vor, Gefühl vor. Nein. Nein. Geh nochmal hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig, bitte. Ich hab gesagt, ganz ruhig. Nicht, dass man da nicht verspielen kann. Ah nein, nicht auf. Leck mich. Das Spiel macht mich fertig. Ein allerletzter Try. Ein allerletzter Try. Und dann wird nicht mehr erklärt. Und nicht irgendwie, äh, äh, irgendwie, äh, nee, mach weiter. Nein, dann ist Schlussklasse. Für mich ist auch heute Freitag, sechste Stunde. Ich hör euch schon rascheln mit dem Rucksack und sowas. Das geht bei mir heute nicht. Ich bin der Herr O'Sullivan und ich mach das, ich mach die Ansagen hier. Ein Versuch wird noch gemacht. Ihr bleibt schön brav sitzen jetzt. Das wird aber der übelst konzentrierte Versuch, Mann. Ich mach das, ich mach das fertig. Ich, ich gewinn das jetzt. Das wird so hammergeil einfach nur. Ihr werdet so denken, was ist mit ihm los? Ui, geil. Ich bin der Hammer Mario, Mann. Ja. Nehmen wir mit, hab ich eine Aussicht gemacht. Ich wollte nochmal zurück. Ich lass die nicht, lass die nicht am Leben. Oh, hey, hey, hey. Oh, geil. Oben bleiben gut. Oben bleiben gut. Oben bleiben. Oben bleiben gut. Oben bleiben. Immer sehr gut. In diesem Spiel ist oben bleiben gut. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. So, Simon. Ja. So. So, nehm ich. Ja, klar. Ich hab gesagt, jetzt kommt ein guter Try. Nein. Oh, nein. 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 Okay, das war's wirklich. Wir machen das ein andermal nochmal weiter im Stream. Das war geil. Aber ich kann jetzt nicht mehr. Tschüss. Danke. Geiles Spiel. Hast ein Abo da, verdammt. Ne, ich war noch freundlich. Lass bitte ein Abo da. Ich hab mich für euch verletzt. Lebensgefährlich, würde ich fast sagen. Ich glaub, das könnte jetzt Herbst werden.